Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Wird eigentlich da hoch? Aber komm, nicht so wirklich, ne? Aber eine Pizza am Ofen, alles deine Schuld. Wie gesagt, das ist die Schuld, mit der ich leben kann. Das ist eine Schuld, mit der ich auch sehr gerne lebe. Genau, hier muss ich lang. Und nochmal machen. Da war doch das Dingenskirchen. Halt, nein! Gar nicht. Verlorener Hain. Hätte ich speichern sollen, ne? Wäre, glaube ich, eine gute Idee gewesen. Ich weiß doch gar nicht, was du meinst! Wooh, siehst du schon ab. So, da muss ich hin. Ja, aber da komme ich nicht hin, ne? Glaube ich. So knapp. So knapp. So knapp. Da unten kam ich nicht durch. Töhrümüş. Ich gehe jetzt erst hier weiter. Nicht? Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Licht und Dunkelheit in Unschuld geboren. Und obwohl sie lichtlos war, wurde eine Freundschaft geschlossen. Oh, ich habe immer Gänsehaut, wenn Naru kommt. Doch die entstandene Bindung wurde schon bald getrennt. Und Darf ich? Okay, anscheinend ja. Oh, ja, natürlich ist hier zu. Ah, scheiße. Ich muss ja, ja, ich muss hier runter. Oh, da bin ich schon. Sol konnte unser Licht werfen. Selbst im Dunkeln konnte sie sehen. Sie lebte in diesem Hain. Doch jetzt ruht sie hier in Frieden. Jetzt ist der Lichtstrahl, den habe ich ja sogar schon verbessert, ne? Nutze die Fähigkeit, indem du eher drückst oder hältst und somit einen Lichtstrahl wirfst. Haha, cool. Ja, gut. Das war jetzt nix. Das war jetzt nix. Ah, ich weiß, was ich tue. Jetzt weiß ich, wie ich die Türen öffne. Und die Barrieren. Ich speicher gleich. Ja, geile Sache. Okay, ist gespeichert. Das Ding hat aufgehört. Ja, beste Leben. Komme ich jetzt vielleicht da oben lang? Ja, das muss ich jetzt ja natürlich testen, ne? Sofort. Ja, da ist so ein Ding. Aber wie soll ich das hinkriegen? So. Und es ist offen. Hast du ein Bild verschoben? Das ist die ganze Zeit schon so. Man sieht es dem. Ja, das ist... Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe einmal das Overlay geöffnet. Und jetzt ist oben der schwarze Balken weg. Du siehst zum Beispiel auch unten in der Ecke. Siehst du auch, wenn ich Errungenschaften bekommen habe. Das ist auch so ein graues Ding. Ich weiß, ich kriege das nicht weg. Hm, sofort. Ich will hier nur ganz schnell mich in Sicherheit bringen. Fähigkeiten Zelle. Nicest Ding. So, hier speichere ich mal ganz kurz. Und dann bin ich einmal ganz kurz weg. Okay, lasst uns weitermachen. Was wollte ich denn machen? Was habe ich denn gerade gemacht? Ich bin jetzt hier. Genau. Genau. Ich muss jetzt hier lang und kann jetzt... Oh Gott, Leute. Ich kann so viele neue Dinge erforschen. Ja, wäre schon besser, wenn ich da lang gehe wieder, ne? Huh! Wait, wie soll ich denn da hoch? Ja, hier Lichtstrahl. Genau. Erhöht Stärke und Radius. Nur deswegen konnte ich das wahrscheinlich schon machen. Das will ich auf jeden Fall als nächstes. Aber wie soll ich denn hier hochkommen? Kaufst du mir eine richtige? Nee, nee. So läuft das hier nicht. Ich bin mir mit der Schuld bewusst, dass du irgendwie mehr Hunger bekommst. Aber so nicht. Ich sollte vielleicht nicht einfach immer überall runterfallen, ne? Würfe ein Lichtstrahl. Was? Oh Gott, nein! Also diese Koordination habe ich... Oh Gott, Alter. Ich werde so oft verrecken jetzt. Oh! Vorher fährt die so schnell. Habe ich noch nie ein Foto gemacht. Ah, geil! Okay. Fuck. Ja, wie soll ich denn das machen? Nein. Ah! Wie soll ich denn das machen? Ich meine... Ich meine... Juckt. Ich habe da gespeichert. Aber... The fuck? So? Ja. Ja, ich... Kann ich noch mal üben. Ich meine... Ja, schon. Schon? Ah, shit! Ich habe schon wieder falsche Taste gedrückt. Dreck. Na, ist egal. Zwei. Ich kann unter Wasser atmen. Genau das will ich jetzt. Oh! Dass wir gleich leckere Burger essen fahren. Oh, geil! Mmh, lasst es euch schmecken! Oh, das war knapp! Wow, ich bin gestorben! Okay. Das ist mir zu chaotisch! Ah! 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 Oh nein! Oh nein! Dad. Oh Gott, Mann. Mein Herz. Also jetzt wird's langsam doch ganz schön anstrengend, muss ich sagen. Okay, ich brauch hier irgendwas. Da. Wie mach ich das jetzt? Oh Gott! Ah! 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 Macht Sinn. Nee. Niedriger. Ah! 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 Noch acht Minuten, krieg ich kalte Füße. What? Das Twitch auf Handy seltsam. Du, das seh ich schon. Ah! Ah! Speichern! Da ist ein fucking... Vogel! Vogel! Ah, es geht mit denen gar nicht. Warte mal. Ach! Warte! Ach! Ach nein! Warte! So? Ach nein! Eigentlich eher andersrum, aber... Boah, ich verreck hier noch, weil ich einfach ein bisschen dumm bin. Was jetzt nichts Neues ist. Ah, nein, okay, damit geht das nicht. Hm, okay. Okay. Hab ich! I did it! Speichern! Null! Pekku! Dankeschön für den Gifte-Zapp und Katzenpuschel! Willkommen zurück in der Käse-Katzen-Familie. Ich sag jetzt nicht, dass wir ein Twitch-Baby haben, Katzenpuschel. Das wäre weird. Immerhin bist du mein Bot. Das... Das sollte man lieber nicht tun, nein. Vielen, vielen Dank! Dankeschön! Okay. Ich lass alles explodieren. Oh, please don't die! Oh, geht sie uns gerade mit Katzenpuschel fremden? Nein! Nein! Oh, Rilarina, das kann ich leider... Das kann ich leider nicht erlauben. Ähm, aber ja... Jetzt hat die mir das auch noch geschenkt. Aber ja! 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 Niemand weiß, worum es geht, aber ja! Boah, ich... Ich sterb hier wirklich noch! Oh! Aber, aber, aber ja! Hm? Keine Ahnung, ich glaub, das war dumm jetzt! Vielleicht auch nicht! Mal gucken! Dead! Oh! Uh! Hier ist dicht! Ah! Hör doch mal auf, gemein zu sein! Wie wär's, wenn man stattdessen halt... Oh, ich kann jetzt unendlich taufen! Tauchen, ne? Taufen! Ich kann unendlich taufen! Geile Sache! So muss das sein! Da ist ein Brunnen! Ich sollte vielleicht erst in die andere Richtung, weil ich da wahrscheinlich dann hochkomme, ne? Ich kann runter! Nein, warte! Hier komm ich ja nicht hin! Wie krieg ich das Ding auf? Wo, wo ist hier ein... Wie krieg ich das Ding auf? Ah! Ah! Leben! Fähigkeit! Ah! Ah! Aha! Jetzt hab ich's verstanden! Wo ist das? Hier! Da muss ich nur einen Geheimweg finden! Jetzt hab ich Dinge gelernt! Nein! Nicht gut! Oh, Scheiße! Nein, das sollte ich nicht tun! Nein, das sollte ich nicht tun! Nein, da muss ich jetzt warten! Oh, Vivi, mach doch nicht diese! Oh, fuck! Fuck! Ah, ne! Hier musste ich lang, ne? Na ja, genau! Weiß ich das jetzt? Äh, nö! Ich hab nur vergessen, die Leertaste zu drücken! Was ist denn... Was denn... Was denn was passiert? Was denn was passiert? Was denn was passiert? Ich speichere mal lieber! Ich hätte jetzt gedacht, ich sterbe jetzt noch! Oh Gott, nee. Ey, Glückwunsch! Du hast Graf Theron alleine besiegt. Quasi. Also, wahrscheinlich nicht alleine, aber so halb, ne? Nice, das Ding. So, aber hier komme ich jetzt nicht weiter. Ach, doch komme ich. Oh, jetzt muss ich mich immer... Jetzt muss ich mich erst daran gewöhnen, dass ich das jetzt kann. Oh, was, das ist ein instabiler Boot? Wie soll ich denn das machen? Von der Seite, oder? Ich muss wahrscheinlich was runterfallen lassen. Das heißt, da komme ich jetzt so gar nicht lang, ne? Ach, scheiße! Das kann ich auch noch kaputt machen. Das heißt... Ja, aber wie ich das Ding aufkriege, weiß ich auch noch nicht, ne? Weil, hier ist ja... das Ding aufkriege ich das Ding auf. Wie kriege ich das Ding auf? Sag besser nichts, Max. Sag besser nichts. Oh, macht es Vivi. Viel Spaß beim Lacken. Das heißt, hier komme ich noch gar nicht hin. Weil ich absolut keine Ahnung habe, wie ich das machen soll. Aber hier muss doch irgendwas sein. Weil hier ist jetzt auch nicht irgendwie so ein Leuchtkugel-Dingsy, ne? Deswegen, wie kriege ich das jetzt auf? Das... Leuchtet das grünlich? Naja, nicht wirklich, ne? Hoch, Ori! Meine Güte! Aber hier kam ich ja nicht weiter. Oh, ist ja ein Axolotl. Oh ja, voll süß! Ich sag nichts. Ich sag nichts dazu. Nein, nein, ich sag einfach nichts dazu. Aber wie mach ich das jetzt? Ich sag nichts dazu. Okay, wen nehmen wir? Durch die Geisterflamme verursacht Was war jetzt die Geisterflamme? Achso, das war einfach Ja, nehmen wir Nehmen wir direkt Nehmen wir